Und wo ist die Schießerei? Die Einschiebze Sie sind daheim in der Post Ja hier setzt Wasser ab Wenn sie nicht rüberkommen sind ziemlich am Arsch Sniper schüttelt den Druckmannschuss Aber was mich ohne wissen was mir am meisten immer noch schickt Ich meine ich bin jetzt wirklich dann beim Landratsamt Böblingen Das ist nicht klein ich glaube der Kreis ist der zweitgrößte Der hat 400.000 Einwohner Und das ist einfach ein fucking Amt Und die haben sich nach einem Tag entschieden Und haben dann nach einem Tag die Bestätigung und alles geschrieben Der E-Mail und so Denkst du Amt alter wo man denkt so voll langsam Aber ne alter Wenn die jemanden brauchen Der das Leben ein bisschen leichter macht Alter Dann sind die direkt schnell am Start Auch die IT Systeme die die haben Und alle mit Notebook und Mobile Office und so Was geht alter Ey ich würde es Deutschland wirklich wünschen dass die ein bisschen aufwachen Ist rot hier Ist rot hier Bin hier irgendwie alleine Ich weiß nicht warum Alter wo seid ihr alle Seid ihr dumm oder was Wer ist denn von euch was Hä Ich bin beim Boss Du bist beim Boss Ja nice dass du gesagt hast Alter Der Cap noch so Ja ich guck mit der Sniper ob ich da was kriegen kann Andere einfach irgendwo weg Ich warte hier etwa Die machen den Boss Hoffentlich kriege ich jetzt ein Headshot beim Laufen zu mir Alter Und dann bin ich so nett Und dann bin ich so nett